Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Meine lieben Freunde, ich befinde mich momentan im Urlaub mit Jody, Revy, Petrit. Die Apes sind da. Wer ist noch da? Mikey ist noch dabei. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, ich habe mir gedacht, ich mache einfach ein Video aus dem Urlaub. Und das wird so ein komplettes Video von mehreren Tagen, einfach ein paar Zusammenschnitte. Und ja, wir gehen jetzt Skifahren. Ich und Revy, weil die anderen haben keinen Bock. Heute ist nämlich mega der krasse Schneesturm und die ganzen Pisten haben eigentlich geschlossen. Aber wir trinken es trotzdem und ich würde sagen, Leute, wir sehen jetzt einfach einen Chaos, Urlaubsvlog, was auch immer. Die meisten Sachen werden eh Handyvideos sein. Naja, viel Spaß. Leute, da hinten ist Revy, der ist gerade auf diesem Babylift einfach aufs Maul geflogen. Aber nur, weil es witzig ist. Ja, 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 genau. Ich habe es leider nicht gefilmt, aber er hing auf jeden Fall drei Stunden an diesem Ding fest. Und ja, hier hat leider nichts offen außer der Babylift oder Kinderlift. Deswegen fahren wir den jetzt einfach die ganze Zeit. Sieht man mich überhaupt? Hallo. Tschüss. Okay, Freunde. Wir fahren jetzt diesen wunderschönen Kinderhang runter. Ein bisschen rückwärts. Nein, bleib mal selber, ich muss Handschuhe anziehen. Okay, alles klar. Revy wird das jetzt mal filmen, sonst seht ihr ja nie was von mir. Ich filme die ganze Zeit nur die anderen. Das ist so geil hier eigentlich, ne? Ja, geht nicht mal runter. Ja, okay, okay. Wenn ein Revy hinfällt, Leute, ist meine Kamera kaputt. Ist egal. Also Handy ist dann kaputt. Tschüss. Hier schreibt eh niemand, du Opfer. Hier schreibt keiner. Warum? Weil du jetzt nicht bist. Danke. Warte. Oh Junge, was für dich. Oh mein Gott. Ja, fahr. 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 Fahr los. Fahr doch. Oh, rückwärts, der Boy. Hey. Leute, wir fahren die ganze Zeit. Ja. Hey. Oh, Alter. Warte, ich komme hoch. Nein, komm nicht hoch. Du fliegst hin. Revy, wenn du hinfliegst, hinter dir sind Leute, ne? Bleib hier kleiner, Papa. Junge ist der dumm, Alter. Sieht aus wie so ein Bobo mit diesem Ding. Hör auf. Alter, Junge. Wir fliegen hier noch raus, ich sag's euch. Moritz, ganz kurz. Revy ist auch gerade aus dem Restaurant rausgeflogen, weil er einfach den Kloß in seinen Arsch gesteckt hat. Was? Moritz, hau bitte. Ich bin hingefallen und hat mir einen Zahn rausgehauen, Moritz. Der ist so dummer da, Leute. Bis gleich. Oh, meine lieben Freunde, wir fahren Revy hinterher. Er wird sich zu 100% auf die Fresse legen. Du bist zu tief. Oh, Revy. Voll hin. Oh, mein Gott. Es ist ekelhaft, ohne Handschuhe zu fahren. Es ist so kalt. Aber nur für den Sturz mache ich es. Der schafft das nie ohne Sturz, Leute. Er schafft es nie. Genau. Ich schwöre dir, du schaffst das nie. Er hat es wieder getan. Jo, Freunde. Mittlerweile ist auch Abend geworden und ich muss echt sagen, ey, das ist so geil. Das habe ich so richtig vermisst. Ich war früher immer im Österreich-Urlaub und jetzt guckt euch das einfach mal an. Ich glaube, auf der Kamera sieht das nicht so geil aus, aber passt mal auf. Übrigens, das Hotelzimmer von mir und Patrick sieht schon aus, als würden wir hier drei Wochen wohnen. Auf jeden Fall. Guckt mal, Leute. Wir gehen mal nach draußen. Es ist wunderschön. Ich sage es euch. Passt auf. Guckt mal. Es schneit. Und ich finde, das sieht schon richtig geil aus. Es ist ein richtig geiles Hotel. Und, ah, das sieht auf der Kamera leider nicht so schön aus. Aber es schneit und es sieht so geil aus, Leute. Es sieht wirklich so geil aus. Oh, Mann. Ich feiere das. Ich feiere das. Und ich würde sagen, was ihr noch gar nicht gesehen habt, ist unser Hotelzimmer. Oha. Au. Deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt eine kleine Roomtour von unserem kleinen Hotelzimmer von mir und Patrick. Patrick ist gerade im Fitnessstudio. Wie immer. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Hotelzimmer. Aber vorher räume ich auf. So, Freunde. Passt auf. Ich sehe richtig krass so aus, als hätte ich fünf Jahre durchgemacht. Ich bin auch richtig fertig. Denn ich war gerade im Hotelpool, bevor ich mit euch hier rede. Macht ja auch anders gar keinen Sinn. Den kann ich euch später auch mal zeigen. Aber jetzt zeige ich euch erst mal unser Zimmer. Passt mal auf. Wir haben hier ein wunderschönes... Was sage ich gerade noch so? Ich räume auf. Ich habe auch das meiste aufgeräumt. Sieht trotzdem noch scheiße aus. Wir haben hier ein riesengroßes Bett. Da schlafe ich. Da schläft Patrick. Da ist mein Koffer. Da ist Patrick Zeug. Auf jeden Fall. Das ist unser Bett. Das ist mega riesig. Und es ist so fucking weich, Freunde. Es ist wirklich der Himmel. Muah! So, hier hinten haben wir eigentlich so eine kleine Couch. Oder besser gesagt einfach so ein Sessel. Ja, hier ist einfach fünf Tonnen... Da sind einfach so fünf Tonnen Klamotten drauf. Kann man machen, ne? Kann man machen. So, Freunde. Passt auf. Hier haben wir noch eine chillige Ecke mit einem Fernseher. Kleiner Fernseher. Ich gucke gerade Handball-EM oder WM? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, ja. Hier haben wir noch Obst bekommen. Wir haben hier noch so eine kleine Ablage, wo eigentlich nur Müll drauf liegt im Moment. Ähm, ich meine, wir sind eh den ganzen Tag unterwegs. So, hier noch so ein schöner Stuhl. So, dann geht's hier weiter in den Flur. Hier haben wir ein Spiegel. Da ist der Eingang. Hier sind Schränke. Und, meine lieben Freunde, hier ist das Bad. Hi, Mo. Wir haben eine mega schöne Badewanne. Ich war jeden Morgen bis jetzt baden. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wir stehen da relativ früh auf, damit wir viel vom Tag haben. Und ich gehe mal in die Badewanne. Hier haben wir noch ein Scheißhaus. Äh. Äh, auf jeden Fall mega schön, muss ich schon sagen. Äh, hallo. Auf jeden Fall geiles Zimmer. Und Leute, das geilste ist doch eigentlich der Ausblick. Vor allem morgens, wenn es schneit. Es sieht so geil aus, Leute. Ich meine, es schneit ja gerade eben auch. Aber es ist mega schön. So. Hallo. So perfekt. Als hätte ich dich... Ui, es ist überhält. Auf jeden Fall, als hätte ich gerade nicht so angeschrieben. Komm mal rein für mein Video. Wir haben gerade Pommes für 10 Euro bestellt einfach. Pommes? 10. So umsonst. Ich weiß nicht, war gerade das Infektion, ne? Jan sagt so... Na, ich hol mir mal einen Apfel. Und ich so, scheiße, die ganze Halle, Loge. Ist der umsonst? Und alle gucken mich so an, Alter. Nice. Oh, Alter. Wir wissen, Leute, wir sind in so einem Designer-Hotel. Ja. Fünf-Sterne-Hotel. Für so Leute wie Eminem oder so. Und ich und Petrit. Wir müssen einfach die ganze Zeit nur lachen. Weil wir rennen hier im Bademantel rum, Leute. Wir... Keine Ahnung, Alter. Das ist einfach mega krank. Gut. Hey, Junge. Als wäre das krank, wenn man mit einem Bademantel rumläuft. Also... Für mich ist das... Ich hab... Ich hab noch nie einen Bademantel gehabt in meinem Leben, Alter. Ich... Keine Ahnung. Ich brauch sowas nicht. Auf jeden Fall, Leute. Jetzt habt ihr das Hotelzimmer gesehen. Und ich würd sagen... Ihr seht einfach was. Wir haben das voll telefoniert, ne? Ja, ich hab ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht mal ein bisschen Google bilden, wie das eigentlich aussehen sollte. Stimmt eigentlich. Okay, jetzt... Ja, ihr seht jetzt irgendwas. Oh Gott, mein Cap ist ab. Das labere ich. Kapuze. Gut. Ja, bis gleich. So, Freunde. Neuer Tag. Wieder mit Rewi allein. Heute aber nicht Baby-Hang oder Kinder-Hang. Heute richtig hot. Ähm... Schwarzer Gürtel, ne? War das lustig? Nein. Okay, Leute. Mal sehen, ob wir das filmen. Ähm... Heute ist wieder Lawinengefahr. Nr. 50. Das heißt, wir werden sterben. Aber... Egal. Bis später. Freunde. Ich sag's. Es gibt keinen dümmeren Menschen als Rewinzeit. Hör auf! Hör auf! Ich hab... Alter! Junge! Du bist so ein Bastard, ne? Leute, ich fahr... Fahr nie wieder Skiurlaub mit dem. Nie wieder. Papa, ich schwör nie wieder. Nein? Papa, wann du hast gar noch den Schuh? Ähm... Es wird gern was beim Farmen... Äh, beim Farmen, genau. Zu viel Minecraft gespielt. Beim Fahren, Filmen. Aber es ist viel zu kalt an den Händen. Es ist viel zu kalt an den Schwänzen. Alter. Okay. Tschüss. Das sah so geil aus. Alter. Bist du tot? Äh... Ich hab nen Krampf wegen dir. Oh, komm mal her. Was denn? Trenn mein Bein ab. Okay, okay. Trenn's ab. Oh, dieser Sturz. Der war... Ah! Dieser Sturz war sicherlich nicht absichtlich, damit wir einen Videotitel haben. Auf keinen Fall. Okay, alles klar. Gar keinen Fall. Mein Titel heißt Revis Sturz. Er stirbt. So, Freunde. Ich wollte euch nochmal alles von draußen zeigen. Denn jetzt endlich mal Tageslicht. Es schneit nicht. Aber... Es ist kalt. Wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Ich und Revi. Und ich bin grad mit Patrick und Maike draußen. Wir machen ein paar Fotos. Da ist unser Hotel. Und ich glaub, da ist unser Zimmer. Und ja, ey, Leute, das ist so fucking geil hier. Guckt mal. Überall Berge. Überall Bäume. Alle fünf Minuten hört man eine Explosion, weil die irgendwelche Lawinen sprengen. Aber es ist mega schön und ich will eigentlich morgen gar nicht nach Hause fahren, Leute. Aber die Arbeit ruft. Und ich möchte natürlich wieder richtig viele schöne Gaming Sachen für euch bringen. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Und... Ja. Hm. Was kann ich noch erzählen? Eigentlich nix. Und ich würde sagen, wenn jetzt noch was kommt, dann kommt jetzt was. Sonst... Nicht. Tschüss. Hi. Petit und ich haben grad entschieden, wir gehen jetzt ein bisschen wandern. Stimmt. Ja, Mann. Wir wollen ein paar Wanderungsvlogs machen. Ne. Wir wollen ein paar Bilder machen. Eigentlich wollen wir nur ein paar Bilder machen. Aber guckt mal, wie geil das hier aussieht, Leute. Es ist so amazing. Schau mal die Berge da hinten. Aber man sieht nicht, wer der Nebel, die alle kommen. Ja. Leute, guckt mal, wie geil. Oh, das sieht so geil aus. Ich würde hier am liebsten mich hier hinlegen und hier schlafen und dann sterben und dann frieren. Aber auf jeden Fall, Leute. Österreich ist schon okay. Ist geil, Alter. Österreich. Aber nur im Winter. Weil Sommer... Was macht man im Sommer? Hiking, wandern. Ja, okay. Das ist nicht so geil. Das hab ich einmal gemacht, voll geil. Okay, okay. Dann, Leute. Wir sehen uns gleich. Wir suchen jetzt eine richtig geile Location. Und... Ich hab mich verändert, seitdem ich in Österreich bin. Irgendwie... Warum hast du mich verändert? Ich weiß nicht. So ein Fünf-Sterne-Hotel. Ich bin irgendwie... Na, Spaß. Bis gleich. Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie...